Unser Quack 5 vs Ich muss kein hartscam Ich muss kein hartscam ich muss kein hartscam ohne vs oh nein das ist okay es war kein fünfer der bäuer so kleine tricks mutis junge das sind so kleine drecksmulti der letzte multenten geht halt noch auch noch mal aber es ist ja es ist gar nicht so schlecht immer einheit hat richtig geballert wieder dabei klar natürlich lauf jetzt wieder wobei ich natürlich schon bock hätte auf den 400 jackson es zu kaufen hier